...Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schussversuch. Super Tor. Eben Posten und dann rein. Erzieher. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Jetzt wird es gefährlich. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Wenn es jetzt schnell geht, dann ein tolles Zuspiel. Gefährlich. Schuss auf den Ausgleich. Latte und Tor. Der passt ganz genau. Der Ball prallt von der Torlatte hinter der Linie. Keine Chance für den Torhüter. Da war so viel Frucht dahinter. Da gibt es keine Torchance. Jetzt die Gelegenheit. Den Ball hält er gut. Jetzt die Flanke. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Da gewinnt er den Zweikampf. Da kommt die Hereingabe. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abhauen, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Jetzt der Schuss. Das Tor wird hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3 zu 1. 1. Ein schwerer Ball. Wenn so ein Wolle reingeht, steht das Stadion im Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es jetzt. Superpass jetzt. Jetzt schießt er. Die haben einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration.